Hey Leute und damit Willkommen zu einer kleinen Runde Quick Survival Games, mit dabei ist hier der General Leon. Wir haben heute hier ein ganz 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 besonderes Thema am Start, nämlich ist das so, wir haben uns vorhin so kennengelernt wie zwei süße Buben eben und... Oh Gott, ich spende mit der Angel herum. Hey, was blendet der so viel TNT? Das war dann eben so, wir haben uns so kennengelernt, ganz gechillt und irgendwann mal hab ich so gefragt, hey Digga, wo wohnst du und... Also wie gesagt, irgendwann hab ich dann so gefragt, wo wohnst du und dann sagte er mir so Baden-Württemberg, da hab ich erstmal so gedacht, nee, das kann doch nicht sein, weil... Vielleicht wissen das noch nicht alle, ich wohne ja auch in Baden-Württemberg, das fand ich dann auf jeden Fall richtig nice. Ich war dann erstmal so ein bisschen geschockt, dachte so, nee, der wohnt bestimmt so in Karlsruhe und so und... Ja, dann sagt er mir, so der wohnt in so und so, ich will es keine Stadt nennen, der hat mir... Die geheime Stadt genannt und... Das, was ich dann einfach cool fand, diese Stadt ist 10 Minuten von mir entfernt und das hat mich einfach so schockiert... Verdammt, nein, Genie, fick deine Mutter! Ah, ich hab noch getötet, alles klar, nice. Also die Stadt ist einfach 10 Minuten von mir entfernt und ich will dich sehen, Schatz. Theoretisch kann man sagen, du bist mein Nachbar. Ähm, ich wohne in der Nähe von Stuttgart und mich würde es wirklich interessieren, wer alles noch so in Stuttgart wohnen würde. Es wohnen extrem viele in NRW, also, ähm, die ich auch übers Internet kennengelernt hab. Verdammt! Also jeden Typ, den ich irgendwie, ähm, aus dem Internet kennenlerne, der wohnt meistens in NRW oder Hamburg oder sowas. Ja, alle... Es ist so übertrieben einfach. Wie als ob in Hamburg oder in NRW der Computer gefunden worden ist. Ich werde auch bald, ähm, Vlogs auf den Kanal bringen, also machen. Sobald ich mir meine Facecam gekauft habe, werde ich mir auch natürlich eine Canon Legria besorgen. Aber leider geht das irgendwie nicht, weil ich mein ganzes Geld, ähm, was ich für die Facecam erspart habe, verschwendet habe. Also ich glaub, Leute, wir gewinnen jetzt keine Runde mehr. Ah, wir haben ein Steinschwert, vielleicht gewinnen wir doch die Runde. Ist ja auch echt besonders, weil... Ich find's extrem besonders einfach. Ja. Also... Weil er wohnt einfach praktisch um die Ecke. Fuck, nein!